Wir lieben das! Wir lieben das! Jetzt ist es an der Zeit, Danke zu sagen. Und zwar Danke an meine Band. Leute, Leute! Ihr habt mich die letzten Tage echt ausgehalten. Meine Fresse. Vielen Dank Band, dass ihr da seid. Wir hatten ein Moment. Kat, vielen Dank für alles. Ihr gebt mir so viel. Vielen Dank für die Tour zu sein. Vielen Dank für die Tour zu sein. Vielen Dank für immer bei mir. Vielen Dank für mich. Vielen Dank für mich. Vielen Dank. Flo, du bist meine alte Allzweckwaffe. Und für mich bist du auch der Ruhepol in der Band. Vielen Dank dafür. Es gibt wenige, die so gut sind. Jürgen. Jürgen. Ich glaube Jürgen ist der, der nach mir am meisten Spaß auf dieser Tour hatte. Wenn man dir ins Gesicht kommt, du bist immer am Grinsen. Danke für deine Energie. Danke, dass du da bist. Lieber Johann, vielen Dank, dass du mit uns dabei bist. Vielen Dank, dass du so toll dein Instrument spielst. Und vielen Dank, dass du, wie ich glaube, ein sehr, sehr gutes Herz hast. Und ich finde, du hast eine unfassbar gute Ausstrahlung und Aura. Und du tust der ganzen Situation so gut. Vielen Dank. Ohne Scheiße. Danke für deine Kreativität und dass du nie deinen Mund hältst. Das ist sehr, sehr gut. Und ich bin sehr dankbar dafür. Danke, dass du dabei bist. Jürgen. 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 ... Jürgen. Untertitelung des ZDF, 2020